Hallo liebe Spielaffen, herzlich willkommen zu unserem neuen Spieltipp Rette dein Piratenschiff. Bei diesem toll gemachten Geschicklichkeitspuzzler übernehmt ihr die Kontrolle über einen kleinen Jungen, der einfach nur sein Piratenschiff auf dem Wasser fahren lassen möchte. Unglücklicherweise wird das Schiff bei der Jungfernfahrt von einem Strudel in einen Gully gezogen, wo es sich ein paar Monster gemütlich gemacht haben. Ihr nehmt den Kampf auf und versucht nun mit einem Saugnapf die Monster zu besiegen und euer Piratenschiff zu retten. Die Steuerung von Rette dein Piratenschiff ist total einfach, denn ihr bewegt nun einfach mit der Maus euren Saugnapf rechts und links am Bildschirmrand entlang, je nachdem auf welche Seite ihr eure Maus bewegt. Mit einem einfachen Klick fährt der Saugnapf aus und entfernt das anvisierte Monster. Durch Rohre oder feste Steine kann euer Saugnapf allerdings nicht hindurch und ihr müsst einen anderen Weg an die Monster heranfinden. Häufig müsst ihr es dann einfach einmal von der anderen Bildschirmseite probieren. In späteren Leveln müsst ihr besonders darauf achten, die Monster in der richtigen Reihenfolge zu entfernen, denn so könnt ihr die Monster als Rampen einsetzen, an denen euer Schiff heruntergleiten kann. Kugelrunde Monster können diese Rampen ebenfalls nutzen, um hinunterzurollen und eurem Schiff oder einem anderen Monster einen kleinen, aber entscheidenden Schubs zu geben. In anderen Leveln kommen noch Bombenkisten dazu, die beim Berühren oder Herunterfallen explodieren. Auch hier kann die Druckwelle euer Schiff oder andere Monster an die richtigen Stellen befördern. Euer eigentliches Ziel ist immer, euer Schiff in das Fass zu buxieren, so dass es nicht mehr auf dem Trocknen sitzt. Je schneller ihr dabei seid, desto besser wird eure Levelbewertung am Ende ausfallen. Wie gut ihr in der Zeit liegt, wird euch am oberen Bildschirmrand angezeigt. Also liebe Spielaffen, meistert die zahlreichen Herausforderungen, die euch in den Leveln erwarten und helft unserem Jungen sein Piratenschiff zu wassern. Wir wünschen euch viel Spaß!